Ja, vielen Dank für diese sehr lehrreiche und sehr schön zur Jahreszeit passenden Geschichte im Bereich von Inkscape. Ich hatte das ja vorhin schon einmal bei der Anmoderation gesagt. Spannende Sache, wenn man richtig weiß oder richtig gut weiß, wie es funktioniert. Ich operiere da immer mit gefährlichem Halbwissen. Ich kriege so einigermaßen was auf die Kette. Aber das, was ich da jetzt gerade gesehen habe, und das machen ja schon so die Basics, da bin ich dann schon raus. Also wenn es darum geht, mal so ein paar Kleinigkeiten eben schnell zurechtzuschnibbeln. Passt. Bisschen rumskalieren oder sonstige Sachen, wenn man das mal irgendwo braucht. Inkscape ist wirklich ein tolles Programm. Und vor allem, wenn man jemand hat, der das so toll erklären kann. Und auch diese Engels Geduld hat, diese Sachen dann auch einzeln, so schrittweise dann auch zu zeigen. Dann ist das wirklich eine ganz, ganz, ganz hervorragende Sache. Natürlich ein gewisses Talent vorausgesetzt. Aber ansonsten ist Grafik natürlich auch viel Technik, muss man sagen. Aber ohne kreativen Ansatz natürlich auch immer schwer umzusetzen. Und deswegen, der Beitrag hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank dafür. Absolut. Vielen, vielen Dank an Maren, dass du da dir die Zeit genommen hast und direkt zwei Vorträge und Workshops, wenn man so möchte, gemacht hast. Und jetzt sind wir alle ein bisschen schlauer in Inkscape. Und wo wir jetzt auch gleich schlauer drin werden, ist der Linux Desktop Designer Board. Er kommt zu einem Ende. Wir sind jetzt nun bei der Auflösung. Und erst mal kurz an dich, Lars. Was für einen Desktop hast du? Ich arbeite ja schon seit Urzeiten mit dem i3. Ich habe irgendwann mal, die Zeiten darf man alle gar nicht sagen, mit KDE angefangen. Das ist schon sehr lange her. Mit Suse Linux noch. Da war das damals noch ein KDE, was die meisten alle gar nicht kennen. Und jetzt bin ich schon seit vielen, vielen, vielen Jahren auf dem i3 unterwegs. Ein Träumchen. Muss man natürlich mögen. Ja, aber ich bin auch nicht so der klassische Mausbenutzer, sondern letztendlich sehr puristisch und sehr gerne auf der Tastatur unterwegs. Und gibt natürlich auch dem Rechner die gesamte Performance in die Programme, die man benutzt und nicht in die Oberfläche, die gestartet wird. Das ist auch noch primär bei mir so ein Ansatz, weil ich die Rechenpower an anderer Stelle da benötige. Und deswegen der i3. Und weil ich einen kleinen Fetisch dafür habe, halt tastaturbasiert zu arbeiten und nicht mit der Maus. Das ist einfach der Grund. Wie bist du unterwegs? Ich weiß es ehrlich gesagt schon gar nicht mehr. Ich bin tatsächlich ganz normal auf dem Cinnamon-Desktop unterwegs. Ganz normales Linux mit Cinnamon. Schauen wir mal, ob wir hier auch ein schickes Bild finden. Etwas halb aktuelles. So ungefähr. Ungefähr so sieht er bei mir aus. Genau. Okay. Schauen wir mal hier drauf. Zack. Da. Na, so sieht er aus. Bei mir sieht er auch fast genauso aus. Ich habe auch nicht mal das Farbschema verändert. Ich habe ein anderes Hintergrundbild. Und ansonsten habe ich eigentlich gar nicht so viel verändert. Aber andere von euch, die haben sehr, sehr viel verändert. Erstmal herzlichen Dank für eure zahlreichen Einsendungen. Und auch herzlichen Dank fürs Abstimmen. Ja, wir haben schon einen Sieger. Ich würde aber sagen, wir fangen einfach mal mit Platz 3 an. Und Platz 3 geht einmal an verändert. So sieht sein Desktop aus. Das sieht nach einem. Ich habe es gerade nicht auf. Ich gehe davon aus, dass es ein GNOME-Desktop ist. Oder was meinst du? Ich kann mal nachschauen, was er verwendet hat. Das interessiert mich mal. Ich muss nur mein Mood-Programm finden hier. Was meinst du, was das ist? Ihr seht meine Bildschirmfreigabe, ne? Ja, sehr gut. Aber ich kann es bestimmt, ehrlich gesagt, auch nicht sagen. Könntest du es raten? Ich suche gerade nach der Einreichung. Da hat das reingeschrieben. Aha, was ist es? Okay, es ist kein GNOME. Es ist XFC. Das hat er eigentlich auch ganz nett gemacht. Hat hier überall verschiedene... Also erst mal, das Hintergrundbild ist wirklich süß gemacht. Hat hier verschiedene Leisten überall. Und einmal in der Mitte, einmal links, einmal rechts tatsächlich. Ganz süß gemacht. Und ich glaube, es stimmt. Es ist das Whisker-Menü. Jetzt sehe ich es auch. Und eigentlich auch mit einem ganz netten Thema. Und tatsächlich auch sehr dunkel. Also dieses Design ist sehr, sehr dunkel. Verändert. Du bist auf Platz 3 gekommen. Herzlichen Glückwunsch. Und ich würde sagen, lasst uns weitergehen zum Design 2. Das ist jetzt erst mal nicht das Design. Ich suche das Design 2. Also Design auf Platz 2. Da haben wir es. Und ich schiebe es euch einfach mal rüber. Und das ist das Design 2 einmal. Das ist... Ich weiß gar nicht, wer das eingereicht hat. Schau mal, wo ist das Ganze? So, hier ist es. Das ist von Andranux, ist das. Herzlichen Glückwunsch. Du bist auf Platz 2. Wir haben hier einmal ein... Was denkst du, was das für ein Thema ist? Was das für ein Desktop ist? Da bin ich raus. Also ganz im Ernst. Also da bin ich jetzt aber wirklich völlig raus. Ich hätte es auch null erkannt. Also ich habe es jetzt eben nachgeschaut. Okay. Ich hätte es aber auch so nicht erkannt. Und zwar, wir schauen mal, was der Chat schreibt. Ich habe den Chat hier ja auch mal aufhören. Schauen wir mal, schauen wir mal. Was schreibt der Chat? Genau, verändert. Schreibt tolles Bild und schöner Beitrag. Absolut. Ja, also zu dem hier. Die sind eindeutig je geübt. I3 hat was, schreibt Carsten Böhme. Absolut. Was schreibt der hier? Einmal auf Tux-Tage.de. Da schreibt er gar nicht so viel bis jetzt. Und genau. Okay. Also jedenfalls generell, das ist ein XFCE-Desktop. Okay. Hätte ich nie gesehen. Nie. Die Leiste da oben ist so custom. Das ist unglaublich. Hätte ich nicht gedacht. Das ist ein XFCE-Desktop. Da steht XFCE. Ja, ich hätte lesen können. Vielen, vielen, vielen Dank. Action-Schätze. Ja, absolut. Da steht XFCE. Aber wir beide schauen da nicht drauf. Aber ansonsten auch sehr, sehr tolles System. Hier, schau mal, die To-Do-Liste, die gefällt mir sehr gut. Ja. Die gefällt mir sehr gut. Leider nicht ganz. Leider nicht ganz. Nur auf Platz zwei. Aber hey, Platz zwei ist schon mal sehr, sehr gut. Linux Desktop Design Award. Und mehr private To-Do. Das sieht also sehr, sehr schick aus. Also erstmal herzlich. Danke für die Einreichung. Sieht richtig, richtig cool aus. Dann kommen wir zum Gewinner des ganzen Linux Desktop Design Award. Und ich bin gespannt, wie es dir gefällt, Lars. Ich weiß es ja schon. Wir haben ja schon gespannt. Ah, du hast es schon gesehen. Okay, voll. Kannst nicht mehr so gespannt sein. Und ich würde sagen, wir lüften einfach mal das Geheimnis. Aber ich muss den Namen wenigstens währenddessen sagen. Sonst wäre das schon peinlich. Ich muss auch ganz schön den Namen raus. Ihr habt ja noch ein bisschen Zeit mitgebracht. Besonders vom ersten Platz. Da kann man auch noch ein bisschen Zeit schinden. Einfach, weil es Spaß macht. Okay. Wunderbar. Dann hat einmal gewonnen der Micha hat gewonnen. Nicht der Micha vom Tux Target Team. Ich musste eben auch nochmal schauen. Ein anderer Micha. Und erstmal herzlichen Glückwunsch. So, ich mache mal die Leiste hier weg. Komm, komm, bitte. Da. Jetzt haben wir es im Vollbild. Das ist tatsächlich der Gewinner. Und das auf einem Linux Mint Cinnamon 21 Desktop. Ich glaube, der Desktop ist relativ groß gemacht. Wir haben unten eine Leiste, eine zweite Leiste. Kein Doc hat er geschrieben. Diese ist mit vergrößerten Symbolen und transparent, hat er gesagt. Das ist cool. Okay. Stimmt. Ja. Es ist ganz normale Doc hier, aber nur transparent gemacht. Ich finde, das sieht richtig cool aus. Gefällt mir sehr, sehr gut. Das Hintergrundbild sieht natürlich auch schick aus. Er sagt, eigene Bilder wechseln alle zehn Minuten. Wenn du, lieber Micha, uns dieses Bild hier zur Verfügung stellen könntest für das Tutorial, da wären wir sehr, 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 sehr dankbar. Das wäre richtig, richtig cool. Ich schreibe dich auch nochmal per E-Mail an. Du kriegst eine Tasse von uns geschenkt. Ich halte hier nochmal in die Kamera. Ihr seht, glaube ich, meine Kamera, wenn dann nur ganz klein gerade. Aber ja, das ist der Gewinner. Herzlichen Glückwunsch. Sieht schick aus. Und da muss man sagen, man muss teilweise, um ein tolles Desktop-Design zu bekommen, gar nicht so krass viel machen. Also er hat hier das ganz normale Art Weiter-Thema tatsächlich genommen, was ich in den Ohren dann tatsächlich persönlich gar nicht so hübsch finde oder so nehmen. Aber das Design hat gewonnen. Es hat einfach gezogen. Uns würde es, glaube ich, auch alle sehr interessieren, wie du das hinbekommen hast. Diesen blauen Hintergrund, den wüsste ich auch nicht so. Da ist mal wieder, ich gehe hier mal so, da ist jemand nochmal besser. Diesen blauen Hintergrund, diesen blauen Farbverlauf, da wäre ich sehr, sehr, wäre ich sehr interessiert. Er schreibt Schreibtisch-Thema von Waterbody. Da schaue ich mal, wie wir das dann als Tutorial rausbringen. Eichen-Thema Art Weiter, sagt er, Fenster-Thema Art Weiter Dark. Und eigentlich auch, ich sage mal, das Desktop ist innerhalb fünf bis zehn Minuten eingerichtet. Gar nicht so viel. Welcher ist dein Favorit von den drei Stück, die wir jetzt gezeigt haben? Ich bin bei Platz zwei. Also ich liebe ja diese, alles was so auf Terminal basiert ist. Und das mit der To-Do-Liste, da habe ich ansatzweise bei mir auch so. Ich habe meinen Terminkalender immer auf den Desktop eingeblendet. Also auch nicht als Tool, sondern halt das halt als TXT-File dahinter. Also das ist schon eine feine Sache. Absolut. Platz eins ist auch für den Schreibt verändert. Ja, absolut. Ja, ich muss sagen, mein Favorite wäre auch Platz zwei gewesen tatsächlich. Einfach, weil es ein bisschen fröhlicher ist. Aber ich kann schon nachvollziehen, warum das Platz eins geworden ist. Das sieht auch einfach gut aus. Was meinst du? Was meint die Regie? Der Favorite von der Regie ist Platz eins. Wir kommen mal hier gerade durch. Hat alles was. Ich muss sagen, alle drei Desktops haben auch was. Auch der erste von verändert war das hier. Sind alle toll. Ich muss sagen, da haben wir wirklich schöne Inspiration bekommen. Und vielen, vielen Dank für eure Einsendungen. Vielen, vielen Dank fürs Abschicken, fürs Abstimmen, meine ich. Hat uns auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht wieder dieses Mal. Wenn ihr die Designs von den Jahren zuvor haben wollt, können wir die auch nochmal ganz kurz zeigen. Da gibt es auch Tutorials dazu. Der eine ist sogar mittlerweile Teammitglied. Ist ganz witzig. Hat er dann beim ersten Gespräch seine Tux-Tage-Tasse so mal ganz provokant in die Kamera gehalten. Das war ein witziger Moment. Hier Linux Desktop Design Award. Hier findet ihr auch die Alten. Hier einmal das vom ersten Jahr, dann das vom zweiten Jahr. Das war relativ klassisch. Und jetzt kommen wir auch mit einem relativ klassischeren Desktop daher. Wobei Platz 2 mir persönlich auch sehr, sehr gut gefällt. Sehr schön. Das wär's gewesen. Ich werde mich bei dir melden, Micha. Ich weiß nicht, ob du es gerade mitbekommst. Ich hab dich noch nicht im Chat gesehen. Aber jedenfalls herzlichen Glückwunsch. Platz 2 sind beste Schreiben. Ja gut, je nachdem. Platz 1 ist aber dann tatsächlich das geworden. Platz 2 war aber auch nur kurz danach. Also ich kann mal in die Abstimmung schauen. Wo war die Abstimmung? Ich find sie grad nicht. Aber es waren wenige Stimmen vor Platz 1. Also von daher sehr, sehr schick gewesen. Und ich würde einfach mal sagen, das wäre es eigentlich schon zu dem Linux Desktop Design Award gewesen zur Auflösung. Wir haben jetzt auch schon 50. Absolut. Krass. Wir haben eine Viertelstunde verbraucht. Und jetzt geht es nämlich weiter mit dem Talk. Snap, Flatpak und AppImage werden sie die alten Informate setzen. Ich hätte nie gedacht, dass wir schon 50 Minuten geredet haben. Ja, aber so ist das. Viel Spaß. Bis gleich. Bis gleich, Chuck. Tschüss.